Horoskop für heute, wieder 22. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Das heutige Traigen Mercur Chiron fordert Sie auf, sich selbst treu zu bleiben, insbesondere in Ihrer Kommunikation. Es kann eine ausgezeichnete Gelegenheit sein, sich authentisch auszudrücken oder durch Verhandlungen oder den Austausch inspirierter Ideen Kontakte zu knüpfen. Freundschaften und Liebesbeziehungen sind spielerischer und Interaktionen kreativer. Es ist eine kraftvolle Zeit, um über Möglichkeiten nachzudenken, Ihr Leben in Bereichen zu verbessern, in denen Sie sich unsicher oder verletzlich fühlen, da Sie diese Dinge jetzt klarer sehen. Sie fühlen sich enthusiastischer und treuer. Andere fühlen sich von Ihrem Standpunkt oder Ihrer Perspektive angezogen. Außerdem zieht heute Pluto für lange Zeit in Ihr Solarhaus. Sie haben eine Vorschau auf diesen Transit erhalten, aber jetzt wird er Sie für die kommenden Jahre begleiten. Während dieses Zyklus wird sich Ihre Einstellung gegenüber Freunden und Gruppenaktivitäten verändern. Es ist eine kraftvolle Zeit für Networking und Verbindungen. Ihre Erfahrungen können lohnend, lehrreich und stärkend sein. Trotzdem kann es starke Bindungen geben, die nicht immer angenehm sind und möglicherweise komplexe Gefühle mit sich bringen. Freundschaften oder Gruppenverbindungen, die Sie nicht gestärkt haben, können zurückgelassen werden, aber dies macht Platz für authentischere, gesündere Verbindungen. Während dieser Phase ist es ratsam, sich vor übermäßiger Anhänglichkeit und Mikromanagement Ihres Soziallebens zu hüten oder sich so sehr an Ziele und Träume zu klammern, dass Sie keinen Spaß mehr daran haben. Es könnte sogar zu Verrat kommen, der Ihnen letztendlich zeigt, wer Ihre wahren Freunde sind und wer nicht. Dies ist auch eine Zeit, in der sich Ihre langfristigen Träume und Hoffnungen dramatisch verändern. Sie könnten auf der Suche nach einem tieferen Sinn und Zweck sein und etwas tun wollen, das wirklich etwas bewirkt oder einen Unterschied macht. Der Himmel über Ihnen hat heute und morgen noch mehr Power. Während die mächtige Sonne am Himmel brutzelt und rotiert, wird Sie sich in einem harmonischen Tanz mit dem Planeten der Intensität, dem Kraftpaket Pluto, in Ihrem Solarhaus verbinden. Sie könnten eine unglaublich intensive Erfahrung mit einem Freund oder jemandem aus Ihrem Netzwerk machen. Diese Person könnte Ihnen die Möglichkeit bieten, Sie auf einem spirituellen Rückzugsort oder sogar einer Fernreise zu begleiten. Wenn Sie in der Wissenschaft tätig sind, könnten Sie eine einzigartige Person treffen, die zu einem lebenslangen Freund wird. Gehen Sie auf Entdeckungsweise. Lassen Sie sich von Ihrem Selbstausdruck leiten. Bleiben Sie sich selbst freu, wenn der Mond im Löwen den aufsteigenden Mondknoten in Ihrem Zeichen im Treigen und den absteigenden Mondknoten in der Waage im Sextil bildet. Achten Sie nicht darauf, was Ihre Kollegen oder Kunden heute über Ihren Selbstausdruck denken. Sie werden ermutigt, nach Ihrer eigenen Pfeife zu tanzen. Tragen Sie, was Sie tragen möchten und verhalten Sie sich, wie Sie sich verhalten möchten. Bleiben Sie natürlich professionell. Aber lassen Sie sich von Ihrem Arbeitsumfeld nicht davon abhalten, authentisch und aufrichtig zu sein. Ihre tatsächlichen Arbeitskollegen werden Sie auf Ihrem Weg voll unterstützen. Die sich bildende Astralkonfiguration kann alte, vertraute Gefühle hervorrufen. Es mag in Ihrem Leben schon viele Tage wie diesen gegeben haben. Sie scheinen Ihre Absichten zu kennen, aber die Wirkung Ihrer Worte und Taten kann bei den Menschen Verwirrung und manchmal Angst vor Ihnen hervorrufen. Der Schlüssel liegt darin, Ihre eigene Intensität zu erkennen und sie durch Dinge zu fördern, die Sie alleine tun. Fallschirmspringen oder andere risikoreiche Aktivitäten sind dafür die besten Beispiele. Gönnen Sie sich Ihre tägliche Dosisbewegung. Wie steht es um Ihr Liebesleben? Beziehungen stehen oft im Mittelpunkt dieser Schwingung. Sie sind von Natur aus ehrgeizig und aktiv und es kann sein, dass Sie nicht viel Energie in diesem Bereich Ihres Lebens stecken. Dennoch ist es Ihnen genauso wichtig wie jedem anderen, jemanden zu haben, mit dem Sie Dinge teilen können und Sie möchten diesbezüglich vielleicht mehr Initiative ergreifen. Wenn Sie bereits in einer Beziehung sind, planen Sie ein romantisches Intermets-Zoo, um die Dinge frisch und lebendig zu halten. Schicken Sie Blumen, kochen Sie ein besonderes Abendessen oder holen Sie sich leckeres Essen zum Mitnehmen. Tun Sie etwas Unvergessliches. Obwohl Pluto Ihren Karriere-Sektor seit März 2023 bereits zweimal verlassen hat, verlässt ihn der Planet der Veränderung und Transformation elf Wochen nach seiner Rückläufigkeit, um offene Fragen zu klären. Heute und dieses Mal wird er nicht zurückkommen, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten. Doch nach 16 Jahren hinterlässt Pluto Ihnen alles, was Sie brauchen, um weiter an Ihren persönlichen und beruflichen Zielen und Ambitionen zu arbeiten, allerdings ohne den Druck. Mit seiner Rückkehr in Ihren Freundschaftssektor läutet Pluto ein neues Kapitel ein, wobei der Fokus mehr auf Ihren Freundschaften, Beziehungen und Ihrem Gemeinschaftsgefühl liegt. Auch wenn es heute noch Spannungen zwischen Arbeits- und Privatleben geben mag, ist dies fast vorbei und der Zeitpunkt könnte nicht besser und die Botschaft wichtiger sein. Wenn der Mond morgen in Ihrem romantischen Sektor zu Mars stößt, stehen nicht nur romantische Tage bevor, sondern auch eine echte Chance, alte Ausreden, Hindernisse und Barrieren, ob real oder eingebildet, in Frage zu stellen. Täglicher Planetenüberblick Die kosmische Energie des heutigen Tages strotzt vor Intensität und Ausdruck, während der kühne Löwemond hereinschreitet und mit Pluto im Wassermann aneinander gerät. Diese dynamische Opposition erzeugt den perfekten Sturm, um starke Emotionen, Nostalgie und sogar dramatische Auseinandersetzungen an die Oberfläche zu bringen. Wenn Sie ungelöste Gefühle oder lange vergrabene Erinnerungen mit sich herumtragen, seien Sie nicht überrascht, wenn diese plötzlich Ihre Aufmerksamkeit fordern. Einer der bestärkendsten Aspekte der heutigen Energie ist Ihre Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Wenn Sie jemals der Friedensstifter in einem hitzigen Gespräch waren oder die Person, die eine kreative Lösung für ein schwieriges Problem gefunden hat, ist heute Ihre Chance zu glänzen. Ihre Einsicht und Kreativität sind auf dem Höhepunkt, was Sie einzigartig dafür gerüstet macht, anderen zu helfen, einer Meinung zu sein. Denken Sie an einen Moment zurück, in dem Ihre Perspektive dabei half, Spannungen abzubauen oder eine schwierige Situation in eine Chance zu verwandeln. Diese Art von Einfluss können Sie heute haben. Ob es darum geht, Missverständnisse in Ihren persönlichen Beziehungen zu lösen oder innovative Ideen bei der Arbeit einzubringen, Ihre Fähigkeit zu vermitteln und zu inspirieren, wird nicht unbemerkt bleiben. Obwohl der heutige Tag zum Handeln auffordert, ist es auch wichtig, sich Momente der Ruhe und Selbstfürsorge zu schaffen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie oft Klarheit gewinnen, wenn Sie einen Schritt zurücktreten und durchatmen? Dieses Gleichgewicht zwischen Engagement und Entspannung ist der Schlüssel, um mit der intensiven Energie des heutigen Tages umzugehen. Gönnen Sie sich Zeit zum Auftanken, sei es durch Tagebuchschreiben, meditieren oder einfach durch einen ruhigen Moment bei einer Tasse Tee. Selbst bei den sorgfältigsten Plänen kann es zu Hindernissen kommen, aber denken Sie daran, Rückschläge sind keine Misserfolge, sondern vielmehr Sprungbretter für Wachstum. Denken Sie an eine Situation zurück, in der etwas nicht wie geplant lief. Wie haben Sie sich angepasst? Was haben Sie gelernt? Heute werden Sie ermutigt, diese robuste Denkweise anzunehmen. Wenn Sie auf Kritik oder Herausforderungen stoßen, bleiben Sie Ihren Werten treu, aber bleiben Sie offen und aufgeschlossen. Wenn Sie sich die Ansichten anderer anhören, auch wenn Sie sich von Ihren eigenen unterscheiden, kann dies zu unerwarteten Durchbrüchen und einem tieferen Verständnis der Situation führen. Die Energie von heute ist ansteckend und Ihr Enthusiasmus und Ihre Entschlossenheit wirken wie ein Magnet, der Menschen anzieht. Egal, ob Sie an einem Projekt zusammenarbeiten, eine Freundschaft pflegen oder kreative Ideen austauschen, Ihre positive Ausstrahlung inspiriert die Menschen um Sie herum. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie Ihr Optimismus einen Raum erhellen kann? Das ist die Art von Magie, die Sie gerade ausstrahlen. In Ihrem Privatleben könnte dies zusätzliche Komplimente von Ihrem Lieben oder unerwartete Unterstützung von Freunden bedeuten. Wenn Sie Single sind, wundern Sie sich nicht, wenn Ihre fesselnde Energie für Aufsehen sorgt, Ihr natürliches Charisma ist heute nicht zu übersehen. Das Quadrat zwischen Venus und den Knoten dient jedoch als sanfte Erinnerung, vorsichtig vorzugehen. Sie könnten ein intensives Verlangen verspüren, voranzukommen, insbesondere in Herzensangelegenheiten oder in finanziellen Angelegenheiten. Dieser Eifer kann ein starker Motivator sein, aber er kann auch Ihr Urteilsvermögen trüben. Bevor Sie sich in eine neue Investition, Beziehung oder Verpflichtung stürzen, treten Sie einen Schritt zurück und fragen Sie sich, handle ich aus einer Position der Klarheit heraus oder lasse ich mich von der Situation mitreißen? Wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um innezuhalten und nachzudenken, können Sie impulsive Entscheidungen vermeiden, die Sie später möglicherweise infrage stellen. Wenn Sie bemerken, dass andere in Ihrem Umfeld ähnlich impulsiv sind, üben Sie Geduld und Einfühlungsvermögen. Diskussionen können hitzig werden, insbesondere wenn Egos im Spiel sind, aber denken Sie daran, nicht jede Debatte muss mit einem Gewinner und einem Verlierer enden. Manchmal resultiert der größte Fortschritt aus gegenseitigem Verständnis und Kompromissen. Heute ist ein Tag voller Leidenschaft, Kreativität und emotionaler Tiefe. Es ist an der Zeit, Ihren Mut zu zeigen und dabei Geduld und Weisheit zu bewahren. Nutzen Sie Ihre Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, Ihre kreativen Erkenntnisse und Ihre emotionale Stärke, um den Tag mit Anmut zu meistern. Gab es in letzter Zeit Momente, in denen Sie diese intensive Energie gespürt haben? Oder haben Sie vielleicht Gelegenheiten bemerkt, sich mit anderen zu verbinden oder Herausforderungen in Erfolge umzuwandeln? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren unten. Ich würde gerne hören, wie sich die heutige kosmische Ausrichtung in Ihrem Leben entfaltet. Denken Sie daran, jede Herausforderung ist eine Chance, jeder Konfliktmoment eine Chance zu tieferem Verständnis und jeder Rückschlag ein Sprungbrett zum Erfolg. Sie schaffen das!